Gut ausgebildete Mitarbeiter sind die wesentlichen Säulen Ihres Unternehmenserfolgs. Als Arbeitgeber können Sie Weiterbildung im Unternehmen nutzen. Die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter steigert die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Damit verbunden ist auch Wertschätzung für die Bereitschaft zur Weiterbildung und zum lebenslangen Lernen. Eine Förderung kann in Form einer finanziellen Förderung oder durch flexibles Arbeiten stattfinden. Weiterbildungszeit sollte dabei immer Arbeitszeit sein. Dadurch zeigen Sie Ihre Anerkennung für die Motivation des Mitarbeiters, sich weiterzubilden. Eine besondere Herausforderung besteht darin, den Mitarbeiter auch nach der Weiterbildung an das Unternehmen zu binden. Das kann zum Beispiel in Form einer vertraglichen Vereinbarung passieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung. Nachholen von Schulabschlüssen parallel zum Beruf, Kombination Studium und Beruf als Werksstudent. Berufsbegleitendes Studium oder Fernstudium, Weiterbildung während familiärbedingter Pausen. Berufsbegleitendes Studium von Beruf OK